Moin moin liebe Super-Suchtis, mein Name ist Fluppy, jetzt habe ich für euch Gamescom-News über die Xbox, Minecraft und Battlefield 4 Beta. Der größte Lacher für mich am gestrigen Gamescom-News-Tag, FIFA 14 kostenlos für die Xbox One Vorbesteller. Ich meine, ich gönne es allen FIFA-Fans, aber das grenzt schon an Bestechung, oder? Der Deal gilt für Europäer, die die Xbox One vorbestellen. Warum nur Europa? Hat Microsoft etwa ein schlechtes Gewissen wegen der ungleichmäßigen Veröffentlichung auf unserem Kontinent? Wer sich das Angebot sichern will, muss natürlich ganz schnell vorbestellen. Zwinker, zwinker. Minecraft also doch für die Playstation? Marcus Persson alias Notch, der Erfinder von Minecraft und Sony haben es bestätigt. Minecraft kommt für die Playstation bislang, war es nur auf der Xbox One. Und 360. Aber nicht nur für die Playstation 4, sondern 3 und Vita. Battlefield 4 Beta. Wer sich gefragt hat, wann die Beta für Battlefield 4 kommt, bei der EA-Pressekonferenz wurde es nun verkündet. Anfang Oktober für Battlefield 3 Premium-Mitglieder, für Vorbesteller der Battlefield 4 Digital Deluxe Version und Matter of Honor Warfighter Digital Deluxe und Limited Edition Käufer. Letztere allerdings nur für drei Tage. Mehr Battlefield 4 News gibt es nachher. Liked das Video, abonniert uns, geht in die News-Playlist, da seht ihr dann alles auf einen Blick oder klickt auf diese beiden Videos, die wir in der letzten Zeit für euch hochgeladen haben.